Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, zu einer weiteren Lichtlesung aus dem Lichtweltverlag Gespräch mit Lady Nada Wie können wir die Truman Show verlassen? 3. Mai 2024 Dieses Gespräch fand am 26. Juli 2023 für das Buch Verheißung statt. 4. Besiegt den Zweifel Lady Nada, geliebte Menschen, lasst euch nicht entmutigen und besiegt den Zweifel. Die Erde wird neu gemacht und der Mensch wird neu geformt. Innerlich und äußerlich ereignet sich das Wunder der Verwandlung. Ein Wunder, das nach und nach geschieht. Ein Wunder, das gegeben wird und für das es von euch nur eine einzige Voraussetzung braucht. Hingabe Daran ermangelt es euch oft und ihr lasst euch von Ängsten dirigieren, von Zweifeln einnehmen und durch die permanente Propaganda verunsichern. Wird der Wandel gelingen? Geht sich das noch aus? Was muss noch geschehen, damit etwas geschieht? Solcher Art sind eure Fragen und oft findet ihr keine entlastenden Antworten darauf. Ihr blickt auf die Welt, ihr beobachtet die Menschen und ihr könnt sehen, wie ein überwiegender Teil in die falsche Richtung drängt und gedrängt wird. Wie sie sich von den Kräften der Finsternis beeinflussen lassen und wie sie von einer spirituellen Erfahrung ferngehalten werden. Ihr wünscht euch den Wandel und ihr tretet dafür ein, doch er will sich nicht einstellen. Zu groß scheint der Berg, der dafür zu bezwingen ist. Zu fest scheinen die Mauern, die dabei zu überwinden wären. Und zu mächtig scheinen die Kräfte, die es zu entwaffnen gilt. Das Paradies auf Erden zu erwürgen? Aber wie? Jan, du hast Fragen. JJK, in der Tat, mich beschäftigt gerade dieses Thema. Nun bin ich gestern vom wunderschönen Urlaub, den ich seit Jahren mit meiner Familie auf der griechischen Sonneninsel Paros verbringe, zurückgekommen. Und spätestens im Flugzeug kamen mir diese von dir hier einleitend aufgeworfenen Fragen in den Sinn. Ich beobachte die Menschen und musste einmal mehr feststellen, wie betäubt und unbewusst die meisten Menschen durch das Leben laufen. Vor allem die meisten jungen Menschen wirken auf mich wie ferngesteuerte Roboter. Sie kleben am Handy, so als wäre es ihnen per Gebot angewachsen und haben kaum eine Wahrnehmung für die Umgebung. Das System scheint diese Menschen vollkommen übernommen zu haben. Gespielte Normalität Aber auch auf Paros nahm ich eine Art gespielter Normalität wahr. Nach Corona ist auch dort die Normalität zurückgekehrt, doch irgendetwas scheint mit den Menschen einfach nicht zu stimmen. Manchmal fühlte ich mich wie an die Truman Show erinnert, so als lebten die Menschen in einer simulierten Realität. Jeder in seiner vorgezeichneten Bahn, freilich ohne Selbstkenntnis davon zu haben. Im US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1998 benötigte die Hauptfigur, dargestellt von Jim Carrey, 29 Jahre, um misstrauisch zu werden und um langsam aus der künstlichen Realität auszubrechen. Meine Frage ist, werden die Menschen jemals aus der Truman Show, die sie für das reale Leben halten, ausbrechen? Manchmal, wie gerade jetzt, habe ich wirklich erhebliche Zweifel. Lady Nada Das Misstrauen der Menschen gegenüber diesem System ist erheblich und es wächst von Stunde zu Stunde. Auch wenn der große Teil der Menschen immer noch im Opferbewusstsein festgefahren ist, so gibt es im Kern nur einen Grund, warum sie den Ausbruch noch nicht wagen. Sie wissen nicht wie. Viele Menschen wissen, dass sie ein falsches Leben leben. Es erschließt sich ihnen jedoch kein Ausweg. Aber was ist die Lösung? Welche Möglichkeiten gibt es, um die Truman Show zu verlassen? Das göttliche Licht Lady Nada, die einzige Möglichkeit, um diesen Irrweg zu verlassen, um auszusteigen und ein echtes Leben zu leben, ist das göttliche Licht. Das spirituelle Licht Gottes öffnet zuerst die Herzen, dann die spirituellen Kanäle des Menschen und plötzlich gewinnt der Mensch die Sicht. Es wird hell und Licht. Deshalb werden die Menschen seit Jahrzehnten mit dem spirituellen Licht der zentralen Sonne geflutet und allmählich könnt ihr das Opferbewusstsein aufgeben und das Selbstbewusstsein annehmen. Ihr werdet geöffnet und eine tiefgreifende Transformation wird ausgelöst. Dies ist jetzt im Gange, jedoch nicht alle Menschen verschreiben sich diesem Wandel. Viele weisen diese Gnade zurück und anstatt sich auf das göttliche Licht einzulassen, blockieren sie es. Auf diese Weise bleiben notwendige und weiterführende Transformationsschritte aus. Der Mensch bleibt Teil des Systems, denn das System ist lebendig in ihm selbst. Sich aus dem System herauszunehmen heißt, Bereiche des Systems zu meiden. Das System aus seinem Inneren entfernen zu wollen heißt, die inneren Programmierungen des Systems zu zerstören. Und dies erfordert konsequente Transformationsarbeit. JJK, ja, aber was ist mit uns, mit uns, die wir dieses Spiel kaum noch ertragen können, obwohl wir ja gewissermaßen von der Outline aus zusehen? Lady Nada, ihr seid die Erbauer und Gestalter der neuen Erde. Für euch geht es nicht darum, die Show zu verlassen, denn das habt ihr innerlich längst getan. Für euch geht es allein darum, innerlich klar zu bleiben, eure Aufträge zu lieben und euch bereit zu halten. Es geht darum, euch zu kräftigen und wenn ihr entmutigt seid, entmutigt seid, euch wieder neu auszurichten. Der Weg des Lichts ist euch bestimmt und für jene Menschen, die sich nach irdischen Abenteuern sehnen, keine Überlegung wert. Wovon ich spreche, ist die Trennung der Menschen, die mit der Trennung der Erde einhergehen. Es ist ein Vorgang, der lange vorbereitet wurde und der sich jetzt vollzieht, zunächst langsam, dann schneller, bis der Kipppunkt erreicht ist. J.J.K., was ist mit jenen Menschen, die eigentlich ausbrechen wollen, aber nur aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit nicht können? Wenn du aufgrund deiner Geburt von der Fülle abgeschnitten bist, innerlich jedoch die besten Veranlagungen besitzt, was ist dann? Lady Nada, diese Menschen werden alle erdenklichen und unerdenklichen Brücken zum wahren Leben gebaut. Ihr dürft und sollt darauf vertrauen, dass ein jeder Mensch aufgrund der Weisheit seiner Seele sein bestimmtes Leben vorfindet und sein bestimmtes Leben lebt. Jene, die misstrauisch in der Matrix leben oder von der Fülle abgeschnitten sind, im Inneren jedoch wirklich ausbrechen wollen, erhalten jede Unterstützung ihrer verkörperten und nicht verkörperten geistigen Familien. Das ganze Universum arbeitet für Dich. Sobald Du dem Universum signalisierst, was Du wirklich willst und so Du Deinen Willen mit Taten untermauerst. Wie hart ein Schicksal auch sein mag, es wird immer überwunden, wenn der Mensch bereit und die Zeit reif ist. Es gibt keine Irrtümer im Universum. Nur die begrenzte Wahrnehmung eines Wesens lässt schicksalhafte Lebensentwürfe wie Irrtümer aussehen. Warum stagnieren viele Lichtarbeiter? JJK, seit Wochen beschäftigt mich noch ein Thema. Warum treten derzeit so viele Lichtarbeiter auf der Stelle? Ich nehme wahr, wie Menschen, die schon sehr viele Seminare, Retreats oder Workshops besucht haben, einfach nicht vom Fleck kommen. Sie drehen sich im Kreis oder mit einem Augenzwinker gesprochen. Sie navigieren mit erstaunlicher Sicherheit immer zu ein und derselben Bananenschale hin und rutschen genauso erstaunlich immer wieder auf ihr aus. Ich frage mich, warum das so ist? Schließlich sind es ja Menschen, die an sich arbeiten, die hinblicken und Transformationsarbeit betreiben. Menschen, die aus der Show unbedingt aussteigen wollen, stagnieren am spirituellen Pfad. Viele suchen schon seit Jahren nach ihrer Berufung oder ihren Aufträgen. Warum stagnieren oder verirren sich gerade die, die sich spirituell öffnen wollen? Lady Nada Zu wollen und wirklich zu tun sind zwei unterschiedliche Dinge. Der einzige Grund und die wahre Ursache dafür sind, dass diese Menschen eine wirkliche Innenschau geschickt vermeiden und umgehen. Die eigene Transformation ist Arbeit, ist intensive Arbeit und erfordert sehr viel Mut. Mit der Übung kommt jedoch auch der Erfolg und mit dem Erfolg die Freude. Am Beginn jedoch ist es für die meisten Menschen sehr schwierig, sich den Baustellen im Inneren zu widmen. So weichen diese Menschen geschickt aus und sie arbeiten an der Oberfläche. Sobald es gefährlich wird, sucht das Unterbewusstsein geschickt nach Ausreden und es findet sie reichlich. Dabei flüchten sich viele Menschen gerne in eine Illusion von Licht und Liebe. Viele Menschen sind einfach nicht bereit, sich ihrem unerlösten Hass oder ihrem Mangel an Selbstliebe zu stellen. Wirklich hinzublicken, in der Tiefe und an der richtigen Stelle zu graben, Das vermag nur der wahre Sucher. Weiche und harte Themen Viele geben vor zu suchen, jedoch die Angst zu finden ist oftmals größer. Und so werden vorwiegend nur weiche Themen erlöst. Themen an der Oberfläche, die tiefere Schichten kaum berühren. Diese halbherzige Transformationsarbeit führt zunächst zur Stagnation und schließlich zur Frustration. Wer wirklich belastende, harte Themen bei seiner Transformationsarbeit vermeidet, da die Furcht vor Veränderungen zu groß ist, der kommt immer an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Sobald dieser Zustand für einen Menschen unerträglich wird, beginnt er, die Verantwortung abzugeben und sich über das Leben zu beklagen. Oder aber er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand und stellt sich den wirklich brisanten Transformationsthemen. Zweierlei Wege stehen dem Menschen offen. Der Weg der Ohnmacht oder der Weg der Macht. An einem bestimmten Punkt der Reifung ist es einem Menschen unmöglich, mit diesem Selbstbetrug zu leben und die wahre Transformationsarbeit beginnt. Erst danach kann dir das Wissen um deine Aufträge und um deine Berufung, gegeben werden. Ohne tiefgreifende Transformationsarbeit kannst du deine Aufträge selbst dann nicht erkennen, wenn sie sichtbar vor dir liegen. Viele Lichtarbeiter treten nur deshalb auf der Stelle, weil sie ihr Selbstbild keiner Korrektur aussetzen und ihren Blockaden, Glaubenssätzen, Meinungen, Vorstellungen, Programmierungen und Mustern nicht ernsthaft genug und wirkungsvoll auf den Grund gehen. Viele Lichtkrieger stagnieren nur deshalb, weil sie sich in äußeren Kämpfen erschöpfen, anstatt die ganze Energie zu bündeln und für das Erlösen von inneren Konflikten zu verwenden. Viele Menschen, die sich an Gott wenden, sehen kein Licht am Ende des Tunnels, weil es im Herzen noch finster ist und sie selbst von der Liebe, obwohl sie gerne von ihr sprechen, noch nicht verwandelt wurden. Geschickt und noch geschickter vor sich selbst davonlaufen, bis man gewillt ist, Nägel mit Köpfen zu machen. Um deine wahre Schönheit zu schauen, gilt es, mentale Hindernisse, emotionale Blockaden und spirituelle Konzepte auszuräumen. Erst wenn diese Arbeit getan ist, eröffnen sich dir neue Horizonte. Deine Aufträge werden dir bewusst und du weißt, von nun an wird dir alles zur rechten Zeit gegeben. Sei dir bitte bewusst, nur in ein leeres Gefäß gießt Gott das Wasser des Lebens. JJK, jetzt bin ich wieder zentriert und meine Betrachtungen von Menschen und Welt wurden durch die wunderbare Energie, in die ich während unseres Gesprächs eingehüllt bin, in die richtigen Bahnen gelenkt. Was aber macht ein Mensch, der diesen Zugang nicht hat, der eben nicht mit dir reden kann? Was macht ein Mensch, wenn er in einem Tief ist oder vom Weltschmerz heimgesucht wird? Negative Stimmungen handhaben, Lady Nada, das Gebet, die Meditation, fundierte Transformationsarbeit und die Zeit walten zu lassen, Geduld, abwarten zu können und den Prozessen die Zeit zu geben, die sie brauchen. Negative Stimmungen führen oft dazu, dass neue Fragen aufgeworfen werden. Geht diesen Fragen so lange auf den Grund, bis ihr Antworten gefunden habt. Gebt euch nicht mit vorgefertigten esoterischen Worthülsen ab. Es ist nicht alles Licht und Liebe und nicht ein jeder Mensch ist im Kern gut, edel und fein. Nicht alles ist für euch eine Lehre und nicht immer sind Ereignisse geführt. Manchmal sind Licht und Liebe pure Illusionen. Oft sind Menschen nur Betrüger und sogenannte lehrreiche Ereignisse sind nicht immer von Gott geführt, sondern sind das Ergebnis von Fehlannahmen und Führen zu Umwegen. Sind Umwege nicht auch Teil des Weges? Lady Nada, der wahre Sucher wählt immer den direktesten Weg zu Gott, selbst wenn es der schwierigste Weg sein sollte. Der wahre Sucher lässt sich nicht davon abbringen, denn seine Sehnsucht lässt ihm keine andere Wahl. Sind Umwege Teil deines Weges oder eilst du Gott entgegen? Deine Antwort sagt alles über dich und alles über deine Reise. Unterscheidungskraft und Urteil Abschließend ermutige ich euch dazu. Entwickelt in allen Belangen Unterscheidungskraft und bildet euch ein Urteil. Womit habe ich es zu tun? Ihr seid Menschen auf einer Welt, die euch tagtäglich Entscheidungen abverlangt. Zu unterscheiden, sich ein Urteil zu bilden und zu entscheiden. Das ist die richtige Reihenfolge. Verurteilungen meide, ein Urteil jedoch bildet ihr. Setze der Wahrheit, setze dich der Wahrheit aus. Lass dich bitte ganz auf dich selbst ein. Das ist der Punkt, der jetzt die größte Aufmerksamkeit verdient. Wenn der Wahrheitssucher die eigene Wahrheit meidet, ist niemandem gedient. JJK, unser Gespräch klingt aus. Weißt du, was mich und wohl sehr viele Menschen derzeit noch sehr beschäftigt? Der angeblich vom Menschen verursachte Klimawandel. Seit Jahren werden die Menschen dahingehend weichgekocht und die böse Saat scheint aufzugehen. Sehr viele Menschen übernehmen völlig unreflektiert die Propaganda. Auch Griechenland hat den Übergang von der Corona-Täuschung zum Klimaschwindel vollzogen. Dafür zwei Beispiele. Während meines Urlaubs auf der Ägäischen Insel meldete zunächst Athen, dass die Akropolis wegen Hitze zur Mittagszeit vorübergehend geschlossen wird. Die Mitarbeiter selbst haben demonstriert und die Arbeit niedergelegt. Auch seien in den vergangenen Tagen mindestens 20 Besucher wegen der Hitze zusammengebrochen, meldeten die Gewerkschaft und das Sicherheitspersonal. Die Medien schreiben natürlich nichts davon, dass es im Sommer in Griechenland zumindest seit der Antike sehr heiß sein kann, sondern sie argumentieren mit dem Klimawandel und schüren Ängste. Dann, nur ein paar Tage später, gab es auf der von Paros rund 400 Kilometer entfernten Insel Rhodos verheerende Waldbremde. Die Behörden vor Ort sprachen von Brandlegung. Die griechische Regierung führte den Klimawandel ins Treffen. Was die griechische Bevölkerung mehrheitlich glaubt, weiß ich nicht. Jedoch eines zeigt sich klar, die Klimaagenda läuft und die Propaganda wirkt. Meine abschließende Frage, und ich weiß, ich habe sie schon wiederholt gestellt, wie lange dauert dieser Irrwitz noch an, denn, wie ich einleitend sagte, für einen gesunden Menschen ist es ja wirklich kaum noch auszuhalten. Lady Nada, wenn sich die Vernichter selbst vernichten und die Menschen sich selbst aufgerichtet haben, dann endet diese Zeit des Übergangs und die Brücke in das Licht wird sichtbar. Für alle, die sie passieren sollen. Die Zeit bis dahin ist bemessen. In unendlicher Liebe bin ich mitten unter euch, Lady Nada. Danke, danke an Lady Nada.